Also jetzt von oben, wir haben den Deli gemacht, jetzt nach oben zum drücken, auch mit geschalteter Hammer Sieht perfekt aus, also jetzt mit einem kleinen Überdrück haben wir und dann jetzt von oben gehen wir mit dem gleichen System nach unten Und so die folgen zwar sich halt verstehe ich